Ein Tag im Schwimmbad. Die Sonne brennt. Ich springe ins Wasser und spüre die Kälte auf meiner Haut. Kinder lachen und planschen im Kinderbecken. Ich schwimme ein paar Bahnen und entspanne dann auf meiner Liege. Mit einem Buch in der Hand vergeht die Zeit. Ein Eisverkäufer kommt vorbei und ich gönne mir eine Kugel Schokoladeneis. Es schmilzt schnell in der Hitze. Der Tag im Schwimmbad ist eine willkommene Abkühlung. Glücklich und erfrischt mache ich mich am Abend auf den Heimweg.